Hallo hier zum zweiten Teil bei der Universität. Ich stehe hier eben zwischen zwei Haltestellen. Also hier ist die Universität und hier ist gleich die Schumpeterstraße. Das war die neueste Straßenbahn, die Nummer 88, ohne Werbung nach wie vor. In der Mitte des Flas steh ich euch, hier die Schumpeterrieren, das ist Claudik. der Schumpeterin und das Läden, in deressa Größe oder im Hauptschuss? Ich schau mal, hier war es hier. Es gibt die Schumpeterin oder die Schumpeterin. Ich mache die Schumpeterin. Und das ist die zweitälteste Straßengang, auch ohne Werbung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt bin ich hier direkt bei der Haltestelle Schumpeter Straße. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier gibt es die Werbung in Lienz, wurde mir gesagt. Die Nummer 80 mit der Werbung von der Haka-Küche. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Neue Nachtlinie, die 1,82 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Universität in kalte Stille Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020